Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer. Wie der Papst Deutschland verändert, darüber haben wir in der letzten Woche gesprochen mit dem Publizisten, Journalisten und langjährigen Papstkenner Martin Lohmann. Danke, dass Sie wieder bei uns sind. Gerne. Herr Lohmann, wir haben ja letzte Woche dargelegt, worum es dem Papst eigentlich geht, dass er die Menschen ermuntern will, nach der Wahrheit zu suchen, sich nicht mit weniger zufrieden zu geben, dass er das Maximum aus ihnen herausholen will. Und so heißt ja auch das Buch, das Sie geschrieben haben, Maximum, wie der Papst Deutschland verändert. Aber, Herr Lohmann, wenn man sich jetzt begeistern lässt von diesem Papst, viele haben das ja getan, auch bei seinen Deutschlandbesuchen, auch wenn man ihn im Fernsehen sieht, dann kommt man doch aber immer wieder an in der Wirklichkeit einer Kirche, die nicht dieses Selbstbewusstsein und diese Klarheit ausstrahlt, wie sie vom Papst rüberkommt. Wie erleben Sie das? Da haben Sie recht, das kommt nicht so automatisch rüber. Überall, muss ich sagen. Ich erlebe Pfarreien und ich selber lebe in einer, in der das schon rüberkommt, wo es einen engagierten Geistlichen gibt, der viele neue Ideen hat und der versucht, die Menschen auch ganz modern anzusprechen und gleichzeitig die Lehre der Kirche zum, oder das Leben des Christen auch gewissermaßen zum Leuchten bringt, der auch Liturgie wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde gestellt hat, der Liturgie sehr schön feiern kann. Also es gibt das auch. Aber Sie haben natürlich insofern recht, als dass man manchmal den Eindruck hat, die einzige soziologische Großgruppe in Deutschland, die noch nicht gemerkt hat, dass die ganzen Klischees durch Benedikt XVI. zerstört wurden, dass die Klischees, die man früher auch über Kirche hatte, diese ganzen Reizthemen, die einzige Gruppe, die das noch nicht gemerkt hat, dass die weg sind, scheint die verfasste katholische Kirche zu sein. Es gibt ja eine Reihe von Themen, da traut sich ja kaum ein Bischof überhaupt etwas dazu zu sagen. Denken wir nur an die Homosexualität, Sex vor der Ehe, also schwierige Themen, die spricht man doch am liebsten gar nicht erst an. Das sind ja wieder die Reizthemen, die im Moment gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Aber es ist richtig, dass man eigentlich gar keine Angst haben muss, sich zu diesem Glauben zu bekennen, dass man keine Angst haben muss, sich zu Christus zu bekennen und dass es eigentlich die Gesellschaft darauf wartet, dass es noch Menschen gibt, mitten in Europa, mitten in Deutschland, die gerne sagen, ja, es ist eine Lust, katholisch zu sein. Und das spürt man schon, dass man sich heute nicht mehr genieren muss, zu sagen, ich bin gerne katholisch, sondern dass man sagt, ja, ich kann es auch noch begründen. Natürlich, das, was Benedikt XVI. auslöst, die benedettinische Wende, die ist nicht wie so ein großer Urknall festzustellen. Und manche großen Entwicklungen fangen sehr leise und fein an. So einen Urknall hat es ein bisschen ja schon gegeben, wenn man mal zugeschaut hat bei diesen vielen Gesprächsrunden, als der neue Papst gewählt wurde und auch bei seinen Reisen in Deutschland, wie viele Schauspieler, Sänger, Wissenschaftler, Menschen aus dem öffentlichen Leben, Moderatoren auch, Medienleute, wo man immer gedacht hat, die sind ja ganz kirchenfern, wie viele sich da auf einmal geoutet haben, sagen, ich bin ja auch katholisch und ich habe da wieder dazugefunden und ich finde das gut so und die das auch ganz gut begründen konnten. Das war doch eigentlich ganz neu. Das war neu, vor zehn, vor 15 Jahren noch konnte man sagen, es gibt so etwas wie einen katholischen Minderwertigkeitskomplex und dieser Komplex ist weg. Man sagt heute, ja, ich bin katholisch. Ja, und natürlich hat man auch Kritik an dem einen oder anderen, was die Kirche sagt oder was der Papst sagt, aber man befasst sich wieder jenseits der kleinen Schächtelchen, der Reizthemen mit dem, was Leben und Glauben wirklich ausmachen. Und da hat der Papst wesentlich zu beigetragen, weil er in einer unglaublich authentischen und freundlichen Art die Menschen ans Nachdenken bringt und sie einlädt, über die Schönheit des Glaubens nachzudenken. Der hat ja auch auf seiner Bayernreise gesagt, der Glaube ist schön und er kann es auch beschreiben, wie schön der Glaube ist. Natürlich fordert der Glaube Konsequenzen, natürlich, wenn man sich der Wahrheit öffnet, dann macht man nicht mehr alles, aber das Leben wird reicher und klarer, wenn man sich nach dem ausrichtet, was klar und wahr ist. Pater Werenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not, hat mal gesagt, die Menschen gehen nur noch wenig in die Kirche, lesen auch nicht in der Bibel. Die brauchen heute ein fünftes Evangelium, nämlich das Evangelium aus Fleisch und Blut, den einzelnen Christen, der in seiner Umgebung Zeugnis ablegt. Es ist ja gar nicht so leicht in seinem persönlichen Umfeld, als Christ zu leben, auch erkennbar als Christ zu leben. Was bedeutet denn das? Wie könnte man das denn in den Alltag umsetzen? Dass man sich nicht geniert und dass man Fragen stellt. Ich glaube, es gibt ja diese Aufforderung des Apostels, der gesagt hat, gebt jedem Rede und Antwort, der euch nach dem Grund eurer Hoffnung fragt. In einer ziemlich hoffnungslos gewordenen Gesellschaft, vermeintlich hoffnungslos gewordenen Gesellschaft, gibt es immer mehr Menschen, die teilweise stumm, wortlos nach dem Grund der Hoffnung fragen. Jeder Mensch sucht nach Hoffnung, sucht nach Glück, hat die Sehnsucht nach Klarheit und hat auch die Sehnsucht nach Wahrheit. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man einfach auch im ganz persönlichen Kreis, Umfeld dazu steht und sagt, ich habe was. Ja, ich habe einen Grund der Hoffnung. Ich kann es dir sogar sagen. Ich kann dir erklären, aus was ich lebe. Und da muss man nicht alles gleich mitnehmen, was die Kirche durch die ganze Geschichte durchgetragen hat, sondern ich sage, ich bin davon überzeugt, dass ich von Gott geliebt, dass ich von ihm geschaffen wurde, von ihm geliebt bin. Und ich habe immer, egal was mir passiert, ihn bei mir. Ich habe meiner Tochter neulich gesagt, du kannst dich immer mit Gott, mit Christus, mit dem Herrn unterhalten. Und du bist nie im Leben, nie im Leben alleine. Egal, was dir passiert, wie unangenehme Situationen auch sind, du kannst mit ihm sprechen. Und diese Schönheit des Glaubens entdecken mehr und mehr Leute. Und wenn ich das noch sagen darf, die Eintrittszahlen und die Rückkehrzahlen in die katholische Kirche haben in den letzten Monaten ganz massiv zugenommen. Das gilt auch für die Zahl der Priesteramtskandidaten. Die ist auch gestiegen in den letzten Jahren. Sie haben jetzt gesagt, der Glaube ist eigentlich etwas Schönes und etwas ganz Einfaches. Das sagt ja auch der Papst, der Glaube ist einfach. Eigentlich seltsam, das aus dem Mund eines so großen Theologen zu hören. Denn man weiß doch, wie viel da an Gehirnschmalz schon drauf verwendet worden ist, um jeden einzelnen Satz der Bibel zu zerpflücken. Warum ist der Glaube denn trotzdem einfach? Ich finde es schön, dass Sie daran erinnern, dass dieser große Gelehrte, dieser weise und gebildete Mann, Benning XVI., immer wieder darauf hinweist, wie einfach der Glaube eigentlich ist, wie schön der Glaube ist. Wenn man es so formulieren möchte, das Schöne ist ja bei ihm zu erleben, dass jeder ihn verstehen kann. Wenn er nicht gerade eine Vorlesung vor wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen hält, in der Akademie, was weiß ich, dann redet er so, dass ihn jeder verstehen kann. Das heißt, die einfache Marktfrau, das einfache Kind, sagt auf einmal, oder kann erkennen, ja, der Professor-Papst hat ja denselben Glauben wie ich. Das heißt, er ist einer der klügsten, intelligentesten Theologen, die wir haben, aber Theologie ist noch nicht Glaube. Theologie ist die Wissenschaft von Gott, die Wissenschaft über den Glauben. Theologie ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem, was die Kirche lehrt und was das Lehrgebäude ausmacht. Aber der Glaube, der Glaube ist etwas, was die Theologie in dieser Weise so nicht braucht und was mehr ist als Theologie. Und ich brauche keine theologischen Fachbücher gelesen zu haben, um zu wissen, wie schön der Glaube ist. Und das macht dieser Benedikt so wunderbar deutlich, obwohl er als Theologe viel mehr weiß, hat er einen ganz klaren Glauben. Ich bin geliebt von Gott, ich kann immer Vertrauen auf Gott haben, ich bin nie allein, Gott liebt mich und ich lebe in der Gewissheit und der Sicherheit, dass Gott bei mir ist. Schöneres gibt es eigentlich nicht. Wenn man sowas aber in der Öffentlichkeit sagt, jetzt als normaler Mensch und Christ und sich da also zeigt als Christ und vielleicht auch sagt, na, ich mache jetzt bei dem und dem nicht mit, da habe ich keine Zeit, da gehe ich in die Kirche oder ich kann da nicht mitmachen, weil ich Christ bin, da bekommt man ja auch schnell den Vorwurf des Fundamentalismus. Die Fundamentalismuskeule wird da ausgepackt. Das ist ein Totschlagargument. Ja, muss man da Angst haben? Nein, da muss man gar keine Angst haben. Also, dass man, wenn man glaubt, wenn man Christ ist, ein Fundament hat und dieses Fundament heißt Jesus Christus, da muss man sich nicht für schämen. Wenn man aber aus dem Fundament einen Fundamentalismus macht, nach dem Motto, ich erschlage jetzt jeden, der mich nicht so annimmt, wie ich will und der diesen Glauben nicht annimmt, dann muss ich sagen, das hat mit der Liebe und der Liebesgeburt Gottes und des Herrn nichts zu tun. Das hat auch mit Christus nichts mehr zu tun. Dann ist man eigentlich von dem Fundament weg. Wer Fundamentalist ist, hat kein Fundament, sondern missbraucht ein Fundament. Christen haben ein Fundament und diese Keule des Fundamentalismus, die wird übrigens auch immer weniger gebraucht, weil immer mehr aufgeklärte Menschen merken, dass es eigentlich ein ziemlich dummes Totschlagargument ist. Jemanden, der glaubt, der von etwas überzeugt ist, den kann ich nicht Fundamentalisten schimpfen. Und wenn man sonntags den Leuten meinetwegen sagt, da kann ich nicht, ich habe die Erfahrung gemacht und im Freundeskreis haben das auch viele gemacht, da gehe ich zur Heiligen Messe. Man wird nicht ausgelacht. Und wenn man ausgelacht werden sollte und sagen, ja, bist du denn bescheuert? Wieso gehst du denn in die Messe? Du kannst doch ein bisschen ausschlafen oder mach doch ein schönes Brunch in einem Café XY. Dann kann man solchen Leuten auch gerne sagen, ja, ihr habt doch auch Lebensentwürfe. Seid ihr so tolerant, zu akzeptieren oder zu respektieren, akzeptieren wäre der nächste Schritt, zu respektieren, dass ich, dass das mir wichtig ist. Und was mir wichtig ist, da erwarte ich, dass du, lieber Freund, es respektierst. Und da wird keiner, der wirklich tolerant sein will und wirklich aufgeklärt ist, widersprechen können. Wir Christen haben die Chance, mutig zu sein, ohne aufdringlich zu sein, aber sympathisch, einladend, mutig zu sein. Wir haben was zu bieten. Da gehört vielleicht dann auch weniger Mut dazu, als man es so glaubt. Sie weisen ja in Ihrem Buch darauf hin, dass das Christentum, da gibt es ja Untersuchungen darüber, Umfragen demoskopischer Institute, der eigentlich doch ein sehr hohes Ansehen hat in der Bevölkerung. Wie schätzt denn der Normalbürger Christen ein? Also ich glaube, dass der Normalbürger schon merkt, dass Christen sich an etwas orientieren, das mit Anspruch, mit Klarheit und Wahrheit zu tun hat. Es ist wirklich interessant, dass wir beobachten können, dass gerade auch bei den großen, seriösen Umfrageinstituten die Wertschätzung gegenüber dem, was Kirche und Christentum und auch Papst ausmacht, wächst. Und das gerade, ich sage es noch mal, ich sage es immer wieder, dass gerade junge Menschen nach belastbaren Aussagen fragen und sagen, wo kann ich Orientierung herbekommen? Nicht umsonst hat der Vorzeigekommunist und Linke in Deutschland, nämlich der Vorsitzende der PDS oder der linken Fraktion, Gregor Gysi, neulich gesagt, die einzigen, die noch Orientierung bieten können, sind die Kirchen. Und als ich ihn fragte, was ist mit der Linken, dann hat die doch ziemlich versagt, sagt er, ja, die hat da nichts zu bieten und hat versagt. Das sagt der Chef der Linken. Ich finde das eine ziemlich klare Aussage und kann ihm da nur zustimmen. Und ich habe ihn eingeladen, wenn auch er zur Winning Group gehören möchte, soll er zu uns kommen und sich der Wahrheit öffnen. Also, Christen haben ein Ansehen und Christen haben keine Veranlassung, verklemmt und duckmäuserisch durch die Welt zu gehen. Eigentlich müssten sie lebende Visitenkarten der Freundlichkeit Gottes sein. Die Chance ist da, das jetzt deutlich zu zeigen. Vielleicht ist die Wertschätzung für das Christentum ja auch deshalb gestiegen oder im Steigen begriffen, weil wir ja diese Herausforderung durch den Islam haben, durch eine völlig andere Kultur, die auch schon als Parallelkultur ja in Deutschland heimisch ist und die auch sehr machtvoll auftritt. Aber wenn man jetzt sagt, na gut, die christliche Kultur, die wollen wir doch eigentlich behalten, weil diese ganzen Errungenschaften, auf die wollen wir nicht mehr verzichten, auf den Rechtsstaat, den Sozialstaat, die Gleichberechtigung der Frau und so, da wird einem ja dann gerne entgegengehalten. Ja, aber das Christentum hat doch auch so oft versagt in den vergangenen Jahrhunderten und in der Tat, im letzten Jahrhundert gab es ja den Nationalsozialismus, den Kommunismus. Waren das eigentlich Bewegungen, die aus der christlich-abendländischen Kultur herausgekommen sind oder nicht eher ein Aufstand gegen diese christlich-abendländische Kultur? Es waren tragische Missverständnisse einiger christlicher Urgedanken, die vielleicht dann uminterpretiert worden sind und es war ein Widerstand gegen das Christliche. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass in vielem dieser von Ihnen beschriebenen Elemente auch satanische Kräfte am Werke waren, um das Christentum und damit eben auch die Lehre von der Klarheit etwas niederzutreten und kaputt zu machen. Und wenn Sie sagen, der Nationalsozialismus in Deutschland, der hat sich ja ganz bewusst christlicher Symbole und auch Sprache bedient, also gewissermaßen entwertet und entliehen, um die Leute in die Irre zu führen. Das ist meistens so, dass man sich an dem Klaren orientiert und die Sprache missbraucht, um Menschen in die Irre zu führen. Aber deutlich ist doch, dass gerade in diesem Deutschland und in dieser Mitte Europas etwas Neues aufbricht und dass die Menschen gerade jetzt die Frage stellen nach dem, was trägt denn wirklich. Und ich glaube, dass man das immer deutlicher spüren wird. Und die Christen, Sie haben die Geschichte des Christentums angesprochen. Es ist richtig, dass auch die Kirche, dass auch das Christentum vielfach versagt hat. Aber ich finde es großartig, dass zum Beispiel Johannes Paul II. unter Assistenz von seinem Nachfolger, dem damaligen Kardinal Ratzinger, es geschafft hat, eindeutig zu sagen, wofür sich die Kirche auch entschuldigt und um Entschuldigung bittet. Das ist Größe. Nun kann man sagen, das bringt keinen mehr ans Leben, wenn man nicht ans ewige Leben glaubt, muss man da so denken, bringt keinen mehr ans Leben, den die Kirche getötet hat, in den Kreuzzügen, die hier immer noch mal gerne gebracht werden oder Hexen verbrennen. Das ist richtig. Aber der erste Schritt hin zur Klarheit ist immer, dass ich erkenne, welche Fehler ich gemacht habe und da ist die Kirche groß, dass sie dieses Erkenntnis hatte und hat und dass sie daraus gelernt hat. Heute wird die Kirche als ein Anwalt, und das haben wir auch Johannes Paul II. in besonderer Weise zu verdanken, als ein Anwalt der Menschenrechte und der Unantastbarkeit, der Würde, überall auf der Welt geschätzt und teilweise auch gefürchtet. Herr Lohmann, die Kirche wird geschätzt, sagen Sie, als Anwalt der Menschenrechte und sie wird ja auch immer mehr geschätzt von denen, die bisher große Distanz zu ihr hatten. Die 68er-Generation, ein Philosoph wie Habermas, hat ja mit Kardinal Ratzinger diskutiert und hat von dieser Hochschätzung vieles gezeigt. Ist denn der Papst und warum ist er ein so guter Brückenbauer, auch zu denen, die gar nicht an Gott glauben, die agnostisch sind oder sogar sich direkt als Atheisten bezeichnen? Weil er diese Menschen versteht und weil er immer auch als Kardinal Interesse am Menschen hatte. Er hatte Interesse am Menschen und seinem Denken und seinen Gedanken. Das Gespräch mit Habermas ist ein unglaublicher Beleg dafür und da ist ein Paradigmenwechsel, wie man sagen würde, entstanden oder eingeleitet worden, was sich dann also bis hin zu Regensburg und anderen Fragen weiterentwickelt hat. Er hat immer Interesse am Menschen gehabt. Ich glaube, dass dieser Papst unauslöschlich beseelt ist mit der Vorstellung, mit der richtigen Vorstellung, dass jeder ein Geschöpf Gottes ist. Bei manchen fällt es einem schwer, das zu glauben, aber es ist nun mal so und jeder ist zur Erlösung gerufen. Jeder ist von Gott zur Erlösung aufgefordert, dass er sich erlösen lässt von Christus. Christus ist für alle gestorben und möchte alle erlösen. Dieser Papst sieht in jedem Menschen ein Abbild Gottes. Das ist nicht immer einfach, aber so, wenn man ihm begegnet, merkt man immer wieder, dass er Interesse am Gegenüber hat. Er kann zuhören, was übrigens nicht alle Geistlichen können, muss man der Fairness halber sagen, aber er kann zuhören und deshalb ist er auch in der Lage, auf den Menschen einzugehen. Und er hat vor keiner anderen Meinung und Überzeugung Angst. Ganz im Gegenteil, er überprüft seine eigene gewissermaßen immer an dem, was der andere sagt und hat dem anderen viel zu bieten und kann erklären, wie man aus der Fülle des Wissens, des Glaubens, des Glaubenswissen leben kann. Und das ist ein besonderes Charisma dieses Papstes. Der Papst verändert unsere Gesellschaft schon dadurch, dass er die Menschen ermutigt zum christlichen Zeugnis, sich dieser Wahrheit zu nähern, haben wir gesagt. Er hat aber im Besonderen ja auch die Medien verändert. Sie sind ja nun ein Mann der Medien, waren lange Chefredakteur einer großen Zeitung, sind im Fernsehen als Moderator tätig gewesen, im Radio, auf allen Klavieren spielen sie ja in der deutschen Medienlandschaft. Was hat sich denn da verändert, dass wir auf einmal so viele Moderatoren sehen, die auf einmal die kritischen Fragen nicht mehr an die Kirchenleute stellen, sondern an die Kritiker, die ewigen Kritiker, die ja immer in diesen Talkrunden sitzen. Sie haben ja beim Papstbesuch, beim letzten, ja auch praktisch simultan auf mehreren Kanälen kommentiert. Hat denn dieser Papst auch die Medienleute so beeindruckt? Oder bringen die das halt nur, weil es gerade ein neuer Hype ist, ein großer Event, wie viele andere auch? Also ich bin bei unserer Zunft immer vorsichtig und sehr kritisch. Wie tief das geht, weiß ich nicht. Aber ich stelle schon fest, dass viele einfach natürlich mit den ganz einfachen oder diesem Klischee oder formelhaften Fragen jetzt nicht mehr weiterkommen. Selbst bei den Kritikern von Kardinal Ratzinger hatte sich herumgesprochen, dass Kardinal Ratzinger nicht besonders dumm ist, sondern einer der intelligentesten und klügsten Menschen ist. Das heißt, man kann seinen Argumentationen nicht so ohne weiteres ausweichen. Man muss sie schon präparieren. Und wenn man da mit irgendwelchen billigen Formeln kommt, dann wird man dieser Person nicht gerecht. Und das spüren die Menschen und das spüren auch die Medien. Wenn Sie sich anschauen, wie die Medien transportiert haben, welche Begeisterung es für diese authentische Persönlichkeit gibt, und zwar quer durch alle Generationen hindurch, dann kann man auch verstehen, dass die Medien sich diesen Fragen nicht mehr entziehen können. Und ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, gerade in Deutschland, dass wir einen Papst haben, der aus Deutschland kommt. Er kennt unser Denken, er kennt unsere Gedanken, er weiß, wie wir in Deutschland ticken, um es mal so zu formulieren. Und er kennt die Medien auch ganz gut. Er kennt gerade die deutschen Medien ganz gut. Und ich glaube, deshalb merken die auch, manche Kolleginnen und Kollegen, ich kann nicht einfach mit irgendwas Schnellem daherkommen. Ich muss mich auch ein bisschen informieren, wenn ich über Kirche und Papst informieren möchte. Andere, das, ich sage ja immer wieder, das, was ich von jedem Sportredakteur verlange, dass er in der Lage ist, ein Tennis-Match von einem Fußball-Elfmeter zu unterscheiden, das spricht sich allmählich mehr rum, auch in der Berichterstattung über Kirche. Die Formeln funktionieren denn nicht mehr. Ich muss schon ein bisschen selber mehr wissen, damit ich andere informieren kann. Und da haben Sie recht. Es gibt eine Faszination dieses Papstes aufgrund seines Hellen, seines luziden Geistes auf viele in der Medien zunft. Ich wünsche mir, dass das weitergeht. Was lehrt uns denn das für den Umgang mit Medien allgemein von kirchlichen Gruppen oder Priestern oder Christen, die mit Medien irgendwie zu tun haben? Da spürt man ja oft eine große Reserve. Da ist ja so die Meinung verbreitet, na, die Medien, die berichten sowieso immer falsch und die sind sowieso unchristlich und die zerreißen alles und verstehen nichts. Wie sollte denn der Christ mit Medien umgehen, auf Medien zugehen? Angstfrei, mutig, unaufdringlich, bescheiden. Das muss alles zusammenkommen. Ich weiß, das ist ein großer Anspruch. Natürlich sind Medien schnelle Transportations- oder Transportmechanismen. Das Medium oder die Medien insgesamt haben es mit der Schnelligkeit der Information zu tun und verlangen das Verfallsdatum in dem Moment, wo es gesendet wird, wo es gedruckt wird. Das heißt, da ist kein gültigkeits- und dauerhafter Wert dahinter, könnte man sagen. Also wenn Sie sich angucken, wie viele tausend Nachrichten am Tag produziert werden und dann schon in dem Moment, wo Sie sie lesen oder ich sie lese oder jemand anderes liest, ist die Nachricht schon überholt. Das hat was mit Schnelligkeit und Information zu tun und das andere System, was Kirche ausmacht, hat es mit dem Wahrheitsanspruch von oben zu tun und mit dem Anspruch, das gilt auch noch morgen, das gilt auch noch übermorgen, weil es auch schon gestern und heute gegolten hat. Das heißt, das sind zwei sehr unterschiedliche Systeme, die da aufeinander treffen und man wird nie dahin kommen, dass man sagt, die Kirche oder Papst werden zum Schmusepüppchen der Medien werden. Da gibt es immer Friktionen, auch weil die Aufträge unterschiedlich sind. Die Medien haben, aufzuklären, aufzudecken, zu hinterfragen, kritisch zu begleiten, non-konformistisch zu begleiten, ohne dass sie sich vereinnahmen, an die Sache nah rangehen, aber auch sich mit einer guten Sache nicht gemein machen, wobei wir bei diesem Papst schon mal Grenzüberschreitungen haben hinsichtlich dieses Papstes und die Kirche kommt mit einem Anspruch daher, der sich auch nicht in 30 Sekunden Talkshow oder Interviewfrage im Fernsehen packen lässt. Aber, sie haben recht, wir sehen, dass viele ganz anders auf diesen Papst zugehen und das sollte vielen die Angst nehmen, zu sagen, die bösen Medien. Die bösen Medien gibt es nicht. Es gibt Medien und es gibt vielleicht böse Leute in den Medien, so wie es in der Gesellschaft böse Leute gibt. Aber die Gesellschaft ist auch nicht böse. Also die Konsumenten sind auch nicht böse. Das Gute stärken und das Böse schwächen, das ist die Aufgabe. Geht auf die Medien zu, sage ich jedem. Sprecht mit den Leuten. Manchmal ist es einfach nur Unwissenheit, das zu Klischees führt und zu Verzerrungen. Je mehr man weiß, je unängstlicher, je unverkrampfter man mit Medien umgeht, auf Medien zugeht und je neugieriger man auch als Konsument der neugierigen Medienmacher ist, umso besser wird die Verständigung über das sein, was man wirklich will. Und gerade die katholische Kirche hat ja einiges zu bieten für die Medien, was Protestanten manchmal ein bisschen mit Neid sehen, nämlich die Bilder, die opulenten, prächtigen Bilder und natürlich auch die Persönlichkeiten, die interessanten Geschichten. Denn die Kirche ist ja immer nah am Menschen dran, in ihrer ganzen Sozialarbeit und Seelsorgearbeit. Da kann man wirklich auch etwas bieten für die Medien. Aber wie ist es in der Politik, Herr Lohmann, kann man einen Beitrag schon sehen, den der Papst zur Politik in Deutschland geleistet hat? Irgendeine Veränderung? Das ist schwierig, das jetzt schon festzustellen, aber ich glaube, dass es da auch erste Anzeichen einer Wirkung gibt. Wenn Sie sich zum Beispiel angucken, dass gerade auch die Parteien immer wieder jetzt diskutieren, was sind denn eigentlich unsere Grundsatzprogramme, was sind unsere Grundsätze? Da erleben wir natürlich gerade auch im Blick auf die Ängstlichkeit im Umgang mit Medien, auf die Ängstlichkeit, sich Klarheit, ein Profil und ein klarem Profil zu öffnen. Natürlich gerade auch in den Unionsparteien, da macht das keinen Halt vor. Da sehen wir noch schon sehr viel Ängstlichkeit und sehr viel Profillosigkeit, sehr viel Ängstlichkeit auch sozusagen, sich gegenüber dem Christlichen und dem C zu bekennen. Ich finde es zum Beispiel bemerkenswert, dass man in der CDU beim Grundsatzprogramm kräftig darüber diskutiert, was das christliche Menschenbild denn ist, um nachher in dem Papier selbst nur wenig über das christliche Menschenbild zu sagen. Und wenn man da genau hinhört und liest, was dieser Papst sagt, es gibt ja Menschen, die sagen, zu Johannes Paul II. fuhr man nach Rom, um ihn zu sehen, zu Benedikt pilgert man, um ihn zu hören. Das heißt, das macht auch vor Politikern nicht Halt. Wir beobachten ja, dass viele Politiker großes Interesse haben, nach Rom zu fahren und den Heiligen Vater zu treffen. Also wenn man genau liest, hört, was der Papst sagt, dann stellt man auch da fest, auch hier ermutigt er zu einem klaren Profil. Und die, also selbst eine CDU ist ja ziemlich verklebt in der Diktatur des Relativismus. Das ist aber auch normal, weil die ganze Gesellschaft gewissermaßen in dieser Diktatur des Relativismus mental verklebt ist. Aber eine solche CDU sollte sich, da muss es vielleicht den einen oder anderen künftig geben, der sagt, wir brauchen ein klares Profil und das Konservative, was viele in der CDU vermissen, ich glaube, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo neue Gestalten auftauchen werden und sagen, ich habe etwas anzubieten, etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes konservativ, nicht reaktionär ist, wird hier immer verwechselt, sondern konservativ, denn konservativ heißt ja eigentlich, das Bewährte, und das C ist etwas Bewährtes, das Bewährte aus der Vergangenheit im Heute zu nutzen, es zu bewahren im Heute, um es als Sprungbrett im Heute für das Morgen zu nutzen. Und das ist eigentlich progressiv. Das, was der Papst uns zu sagen hat, was die Kirche uns eigentlich zu sagen hat, ist konservativ progressiv. Das fehlt noch ein bisschen der Politik, aber es wird kommen. Sie sehen also große Chancen durch diesen Papst für die ganze Gesellschaft, auch für die Kirche, auch für den einzelnen Menschen. Da müsste man sich dann nur beeilen, die auch zu nutzen, denn das Pontifikat wird ja irgendwann auch wieder zu Ende sein. Herr Lohmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Mitdenken und ich freue mich, wenn Sie uns wieder einladen, wenn es heißt Weitblick, die Welt von innen. und ich freue mich, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020